Ende des 19. Jahrhunderts haben die königlichen Luftstreitkräfte des Königreichs Albion das Machtgefüge der Welt mit einem Schlag verändert. Allerdings war Albion nach einer Revolution in Ost und West gespalten und durch die Londoner Mauer in ein Königreich und eine Republik geteilt. Zehn Jahre später bildete London die vorderste Front eines Schattenkrieges, den sich Spione aus aller Welt dort lieferten. Die Thronfolge muss geregelt werden. Untersucht die Lage besonders im Hinblick auf die Existenz von Doppelagenten. Während der Umsturzwirren kam heraus, dass die Prinzessin eine Doppelgängerin hat. Ihr habt die gleichen Augen wie eure verehrte Mutter, Prinzessin Charlotte. Unser Spiel ist also aufgeflogen? Ja. Und was hast du jetzt vor? Ihn zum Schweigen zu bringen. Das ist nun mal das, was einen Agenten erwartet. Hier rein. Was ist das? Eine Cave-Ride-Bombe. Vor vier Wochen wurden drei der fertiggestellten Cave-Ride-Bomben gestohlen. Die da oben machen sich Sorgen, dass die Bomben zum Auslöser eines Krieges werden könnten. Eure Aufgabe ist es, die Bomben aufzuspüren und zurückzubringen. Alle Angehörigen der Königsfamilie sind in Gefahr. Wie sieht unser Plan aus, um die Bomben zurückzuholen? Wir werden da jetzt einfach rein gehen. Spürst du nicht auch diesen frischen Wind überall? Der Wind der Revolution weht durch das Königreich.